Guten Abend, herzlich willkommen hier zum Wetter vor 8. Was war das? Heute für einen Tag Temperaturen bis zu 31 Grad, oftmals viel Sonnenschein. Im Süden Deutschlands örtlich starke Regengüsse. Im oberpfälzischen Postbauer hängen vielen innerhalb von nur 2 Stunden 27 Liter Regenwasser pro Quadratmeter. Hier die Satellitenbilder dieses Tages. Viel Sonne, wie gesagt, vor allem im Norden und in der Mitte. Aber im Süden hatten wir schon am Vormittag starke Bewölkungen mit erstem Regen. Und jetzt am späten Nachmittag und Abend bildeten sich erneut wieder einzelne, aber durchaus kräftige Gewitter, die aber wirklich nur am äußersten Südrand unserer Grenze hier so entlangschrammen. Noch ein Wort zum äußersten Norden. Ah, da haben wir es gerade noch gesehen. Und zwar im Nordfriesland. Dort war es heute den ganzen Tag auch eher bewölkt, weil dort nämlich so eine hochnebelartige Bewölkung von der Nordsee herangekommen ist, die allerdings, wir sehen es auf den Regenradarbildern, keinen Regen bringt. Wir schauen auf die Schauer und auf die Gewitter. Das Spannende ist, heute, deshalb auch so hohe Niederschläge aus einzelnen Wolken heraus, der Wind in der Höhe fehlte. Wir sehen es sehr deutlich hier. Diese kleinen roten Punkte blieben zum Teil längere Zeit an Ort und Stelle. Hier zum Beispiel, während dieser grüne Regen dann doch eher weiter zog. Aber die stärkeren Schauer, die bewegten sich eben kaum von der Stelle. Deshalb gab es örtlich diese großen Niederstege. Das, was wir hier sehen über Frankreich, das sind schon wieder diese kräftigen Gewitter, die uns vor allem in den nächsten beiden Tagen noch intensiv weiter beschäftigen werden. Und deshalb schauen wir mal nach vorn auf das, was kommt. Heute Nacht nur im äußersten Süden Baden-Württembergs oder am Alpenrand noch Schauer oder Gewitter. Sonst ist es trocken im Norden, sternklar. Die Temperaturen gehen in der Nordhälfte zurück auf Werte zwischen 7 und 13 Grad. Im Süden bleibt es wärmer mit 15 bis 18 Grad. Morgenvormittag im Norden, im Gesamtnorden erneut sehr viel Sonnenschein. Aber auch im Süden und im Südwesten ist es trocken und oftmals nur leicht bewölkt. Im Verlauf des Nachmittags bilden sich zwar dickere Quellwolken, aber bis in den späten Nachmittag hinein bleibt es überall trocken. Das, was wir hier gezeichnet haben, und zwar von Baden-Württemberg bis hinauf zum Niederrhein, das sind kräftige Gewitter, die sich aber wahrscheinlich erst morgen im Verlauf des Abends entwickeln und erst am späten Abend zu voller Größe sich entwickeln werden. Deshalb auch hier die Achtungszeichen oder das Achtungszeichen, das gilt für morgen, den späten Abend auf dieser gesamten Südwestschiene. Der große Rest merkt nichts davon. Aber es wird morgen überall noch heißer. Die höchsten Temperaturen zwischen Münster und Osnabrück, 33 Grad verbreitet sind es, 30 bis 32 Grad. Der Wind weht aus östlichen Richtungen. Kurz noch die weiteren Aussichten. Und zwar wird es mit vielen Gewittern vor allem am Freitag weitergehen.